so hallo meine lieben freunde willkommen mal wieder zurück zu der crew mit mir dabei ist asus und ich hab mich aufgehockt ja schubsen ich bin mich mal zurück ist das ein homo jetzt hängst jedenfalls wir fahren noch ein bisschen boot zum aufbau und später probieren wir auf jeden fall mal noch ding mal ein bisschen somit noch mit dem boot da haben wir ja schon eine gute zeit ich fahr jetzt mal rein ja vielleicht kann man ja nachher das boot noch ein bisschen überbieten oder unterbieten muss man ja nicht überbieten überbieten ist ja keine kunft das ist eine schöne jacht ich habe mich abgetrennt und einer war hinter mir ich glaube ich muss das kann man nicht aber scheiß fahrwasser ja 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 Oh, nervt! Ich weiß nicht, ob du das eingefangen hast. Äh, ich fahre aus. Ich darf die mal nur springen. Jetzt wird sie ein bisschen eng. Siehst du jetzt, was all die Übung ausmacht? So, ich hab mal meinen Fahrwasser geschickt, jetzt hab ich ein bisschen Abstand gemacht. Ja, ich bin gerade bei denen, weil die Hände sind voll andern. Finde ich. Naja, so Landschaften mit dem Boot kann ich nie so sein. Ich find das nicht schlecht. Das war ein guter Tipp von dir. Ja, ich guck ja meistens hier bei den Hände, bei den Ritzbogen, weißt du? Und da sagt er, ja, das ist nicht schlecht und so. Ja gut, am Ende kommst du aufs eigene Fahrgefühl an, ne? Ja, ja, ja. Ich hab endlich, äh, das passende Teil, glaube ich, gekriegt. Warte mal. Oh, ich hab' den. Oh, ich hab' den. Äh, endlich mal 250 Gold. So, jetzt ist meins komplett Gold. Oh, Gott sei Dank, ey. Okay. Das ist Gas drin. Was haben wir schon, jetzt machen wir das. Hey, jetzt hab' ich, äh, das Gold, jetzt müsste ich bloß, jetzt hab' ich 250. Ich müsste bloß die Scheiße auf, weder auch nie komischer umbauen oder so, aber da steck' ich wieder knapp, äh, 10 Millionen rein, das kann's annehmen. Ja? Ja. Ja. Weil... Ja, mit dem konfigurierende Frau oder ein bisschen. Ja, ja, ja. 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 Ich kann nicht so ein scheiß Wahler sein Was soll ich denn sagen? Da tut es vor mir ja vor allem Da fand ich mich jedes Mal aus Dann habe ich mal einen Schwanz weg gemacht Ein bisschen Schwanz, ey Ich bin ein bisschen Ich bin ein bisschen Ich bin ein bisschen Ich gebe Gas, ich gebe Gas Ich bin ein bisschen Oh, dein Fahrwasser Ich fahre nur geradeaus Das habe ich aufgedacht Dann ziehst du rüber Dann wäre ich nämlich links gefahren Dann wäre ich lieber gesprungen Alter ehrlich Du willst mich bloß überholen Ja Ja Oh, cool, 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 cool Na gut, dann könnte ich ja Was in... Ja, in den mal reinstecken Oh, Aktivitäten Und los geht's Blitz-Royce Äh Warte, Fox Gehen? Ah, ne Ne, ist schon gut Ne, komisch, geht nicht Da fehlen mir die anderen Teile Also die Grunderkenntnisse Die Grunderkenntnisse Ja, hier die... Ja, hier die... Die Flasche Das brauchen wir alle ewig Müssen wir schon ein paar Rennen fahren, du 3... 2... 1... Ich vertraue dir! Aber erkennt Herr Blossi! Ich hab den Rassen Ich hab den Rennen gebliebenstil Da hängt er mir fest Boah Der ist ja gar nicht losgekommen Ja, mach den Tiefel jetzt aus Du hast mich gerammelt Weil schnell war das Ding Ja, das ist ok Wende ich auf der Zuge, also Mittlerweile fahre ich 306 ohne Mikkel 299 299 jetzt gerade auf der Landraten 299 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 399 399 499 399 499 Das Schiffchen könnte man als Geheimtipp gebrauchen. Was haben wir denn? So, ich muss den Knopf woanders hinlegen. Ich muss hier langsam immer einen Krampf empfangen. So, mal schauen wir euch das hier an. Sagt Bescheid, wenn du es hingelegt hast. Dann mach mal. Und wie stark ist jetzt dein Board? 220 jetzt. Die ganze Zeit ist im vollen 250. Aber ich kann da gut mithalten. Na, schubs mal nicht so. Ich muss hier hin. Bisschen. Ja, ja. Musst du mal runter gehen, ja. Ich kann die ganze Zeit nicht so weit weg. Ja, ich hab's beim Hochschreiben drauf gelegt. Ich bin voll im Fall. Ich bin voll im Fall. Ja, ich hab's beim Hochschreiben. Aha, der Ende ist voll die Böschung hoch. Ja, er sucht ab kurz. Ja, genau. Ja, genau. Aus diesem Grund springe ich nämlich nicht. Ja, das muss ich nur zu vermeiden. Ja. 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 Ich hab ja kurz schon wieder vor dem Level ab Ich muss mal kurz an die Einstellungen Schon wieder Einstellungen Steuerung oder Steuerung Steuerung oder Sicht Was kann das jetzt? Ein paar Tassen überlegen Ähh Brot Ähh Bach Ja das haben wir ja noch gar nicht auf schwer gemacht Mississippi Ähh Da Ja Ja Ähm Bewegen A Ich hab mal bei mir das Ding woanders überlegt Ähh Was hast du denn hier gemacht? Kann ich reinfahren oder was? Ja Ja Kann sein Na Mississippi Irgendwas Doch schwer Müssen wir das erstmal machen Ganz schön Was ist denn hier denn? Ja Ja Wir müssen uns einfach wieder rauskaufen Ich kann das jetzt nicht machen Wenn dann rauskaufen Ich kann das nicht nehmen und dann riechen Ich kann das nicht nehmen Es kann das nicht nehmen Du gewinnt! Weitershof, weitershof, weitershof! Weitershof, weitershof, weitershof! Weitershof. I can't believe that they are on the spot. And we can't believe that they are on the spot. I feel like they are on the spot. I have to hold the spot. Da bin ich das eh nochmal johlang gefahren Na, kommst du überhaupt drunter her jetzt? Ja, 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 ich stehe gar nicht so weit 380 fahr ich gerade Und 290, fast konstant Ah! Klatsch Vollgegen der Dingsgebretter Wird ich überholt? Sowas? Ja, hättest mal was gegeben Hab ich doch Aber ich schwitze vor mich so hin Mh Sehr gut, sehr gut Na, keine Terrasse da drüben Mal schauen, was man hinbauen kann Das ist schlechter Das ist besser So, mal schauen, Kante bieten So Bist du ready? Nee Nee, warte Moment So, von mir aus kannst du So, jetzt hab ich auch mal den Dicken, der oben hier Der ist jetzt auch komplett Okay Geht auch nicht Reonad 48 Schiss Na ja, ich hab immer noch 220 Wunsch Ah! 3 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 5 3 4 3 4 4 5 5 5 5 6 5 6 5 6 5 5 6 6 7 7 7 7 7 9 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 16 13 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18 19 18 Nein! Boing! Und abgehen! Alter, johin! Ich kann ein paar Wasser bei dir fahren. Ist wieder ein Vorteil. Ich weiß, was du meinst. Der ist nicht so empfindlich. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das geht schon. Aber es bremst dich halt ein bisschen aus, ne? Nee, der hat sich mal herangebracht, ey. Also, ja, wirst schon. Achso, da ist der Windschatten oder sowas drin, ne? Äh... Falls es überhaupt sowas gibt beim Boot. Keine Ahnung. Ich muss direkt mal aussortieren, was ich bekämen kann und was nicht. Ich muss erstmal die Boote ausstatten. Hm, wir schauen mal alles weg. Ja, warte, ey. Erstmal aufbauen quasi und dann... Oh, die anderen haben wir ja schon, Alter. Das ist cool. Ja, warte, ich muss erstmal schrotten, Alter. Ja, da ist nicht so gut gehen. ... weil das ist jetzt so gut. Das ist jetzt so gut. Okay. So. Du musst dich rein. So. Ja sowieso. So. Sowieso. Und sowieso. So, dann können wir hier jetzt anfangen. Ach ich kann ja mal gucken ob ich über Punkte verteilen kann. Ich kann schon wieder auspacken Sachen. Ja sowieso. Ja sowieso. Fertig. Nee, noch nee. Ja von mir aus, dann wirklich von mir aus. Ja. Kannst du ganz rein fahren. Hey, ich musste erst mal wieder zurück. Wollte mir jetzt ein Pier angucken. So ich hab jetzt 222. Ein Rennen auf dem East River ist heikel. Zwischen den engen Checkpoints und dem Kielwasser der Konkurrenz kann man ganz schnell in Schwierigkeiten geraten. Aber die Stadt liebt dieses Rennen, also nehmen wir jedes Jahr teil. Apropos. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die gute ist, dass du genug getan hast, um auf Clarence Radar zu kommen. Und das ist auch schon die schlechte. Er wird alles tun, damit du ihm nicht gefährlich wirst. Ja, soll doch nur gefährlich werden. 3 2 Hier ist alle. 1 Hm, wir haben ja auch wieder die Männchen. Was zum Henker macht er? Als ich sagte, er tut alles, habe ich damit nicht gerechnet. Pass auf und geh ihm lieber aus dem Weg. Alles geht auch wieder. Fertig. Oh nein. Ah, da dauert vielleicht auch hier. 1 1 2 1 Ja, das ist toll. Das wird nicht so schwer geworden, du hast ein Wasserfahren. Ja. Na toll, ich fahr genau in der Mitte, inzwischen. Nein, er wird Vierter, ich glaub nicht. Er fährt genau inzwischen hier rum. Oh ja, kann jeder. Oh ja, zwischen den Rampen kann keiner da. Wo ist denn die Beute? Die Beute versteckt, würd ich sagen. So, okay, das ist schlechter. Und das ist Wasser. Oh, warte mal Tante Dicke, ich muss mal ein bisschen anichtungsmachen. Na, die sind wir zwar schon mal gefahren, aber die zwei können wir ja auch noch voll machen. Da sind wir alle Powerbootrenner noch weggefahren. Ja, jetzt hab ich wenigstens das fette Boot auf 2.50 Uhr. Ich würde mal schnell einen Kurs machen. Ein bisschen dort. Weg hatte ich, noch mal vier Dinger. Oh, das schneit. Da friert der See zu. Kann ich reinfahren? Na ja, fahre. Ich hab aber keine Skier an meinem Boden, was mach ich denn da jetzt? Ich hab auch noch. Unser Boot ist so schwer, das kann man als Eisbrescher benutzen. Ach so, bloß jetzt geht's nicht mehr. Ach so. Mach raus. Ich bin schon auf dem Weg. Geht das jetzt nicht? Hast du Fahrzeuge wechselt oder was? Nein, 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 nein. Warte, ich komm zu dir. Ich geh nicht zu dir. Mal gucken, wo er ist. Ja, ein paar Meter drüben. Erst im Süden. Ja, unten in Miami bist du. Na, ich seh dich nicht. Unter der Methbeste. Ja, du bist unter der Methbeste. Ja, du bist unter der Methbeste. Ich seh dich. Den Arme seh ich, aber... Jetzt bist du ganz weg. Ja, jetzt wirst du noch... Ah, jetzt, dann kannst du rein. Ja, du kannst mich wenigstens schrammeln. Na ja, kannst du mich wenigstens schrammeln. Na ja, ich bin ja. Echt ja schon, aber... Wie ist das so? Ja, nee, ist klar, ey. Ich stehle auch so drauf, wie ist denn... Alter, mach ja einen Crash da, ey. Ah, der hat hier gesorgen, nicht so rum. Nee, wenn Boot... Malerweise kannst du ja auf einem anderen Boot Bock machen, richtig? Und da hat er auf dem mal gecrashed. Scheiß Gott. Ja, nein, das geht nicht immer. Ich glaube, das Boot ist nicht gut. Der Hund, der darf so schnell wie ich. Das ist jetzt nicht mehr. Das ist jetzt nicht mehr. Sehr schön. Oh, scheiß Fahrrad. Geh weg. Geh weg. Oh. Jawohl. Und den hat es nochmal gekürcht. Das ist ja gut. Das holte mich nicht mehr ein. Ja? Danke viel. Genau. Eins. Noch gut. Ah, da wurde ein Schanzer. Juhu! Juhu! Wo hat uns das jetzt wieder eingelegt? Da oben. Warte, ich bin nicht wieder zurück. Boot habe ich gekriegt. Okay, das ist schlecht. Gut. Das ist besser. Gut, das ist doch scheiße. Ich glaube eins haben wir noch. Ja. Und dann haben wir alle Bootrennen gespielt. Nachher noch weg. Warte, ich bin nicht wieder zurück. Wir lassen das mal weg. 3 2 1 Alter, können wir auch mal eben auf Sussmann. Schuss ist das. Ach, mach die Obele. Die hängen ja mit den Kleppen an dir, oder? Ja, die nehmen aber schon abgeschüttelt Oh, den habe ich mal nicht gesehen Da hat er mir einen Wegstart Na, das Nidrum ist auch drin, ne? Hey? Oh, sag mal zu euch, weil du so schnell nahe kommst Hey, ich hab ja jetzt auch noch Ah, na toll, ich bin wieder auf die Welt Ich muss da erst hier so bestimmt wieder 8 oder 10 Millionen reinklatschen Dann muss ich noch dieses... Wieso musst du wieder Geld reinklatschen? Ja, Spielgeld, um die Items zu kriegen, wirst du? Wie um die Items zu kriegen Diese Bonusse, oder wie das so ist Ach, die Perks? Ja, ja Ja, was hat das mit Gold zu tun? Ja, und dann musst du dazu sorgen, dass der ja, äh, 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 dieses, äh, die... Mikroflasche, Mikroflasche auslöst, weißt du? Ach sooo Ja, ja Na ja, gut, meine lieben Freunde Ich würd sagen, das war's erstmal wieder vor heute Vielen Dank fürs Zuschauen und, ja Sehen wir uns vielleicht in der nächsten Folge Bis dahin, tschüss! 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 Tschüss!